Birne ist ein Nichtschwimmer, das haben wir heute früh schon gelernt. Aber wie sieht es aus bei einer Limette, bei dieser wunderschönen Zitrone und bei der Avocado? Das werden wir jetzt herausfinden und wiederum gebe ich an unseren Früchtemeister Michael Schema aus dem Land der Früchte-Team. Ja, danke. Avocado. Richtig. Richtig.